In's Halbfeld kann es gefährlich werden, Ballen wird abladen und Schuss, und dann ist er zum Goal für GC! Goal für GC, der Andi Wittwer! Herzlich willkommen liebe GC-Fans, hier zum Aussettspiel von der 19. Runde der Challenge League Saison 19-20 in Tessin. Wir sind hier vom Radio 86 live auf Giasso. Dort schlägt der Ball auf den ersten Pfosten, dort kommt ein Giasso-Spieler dazwischen, Schuss aus dem Hinterhalt vom Oli Puff, ist aber ablockt worden. Haarscharf da, gute Möglichkeit bereits vergesen in der Anfangsphase. Jetzt hat das ganze Zeit bei Schäppwig in die Hand, Flanken kommt in die Mitte, gute Flanken auf den weiten Pfosten, Diani steigt recht und der geht ganz knapp daneben. Suarez war nicht Diani, gute Chancen, da ist er frei zu Kopf gekommen, Suarez. Pusic, Pusic, Seitenwechsel auf den Arigoni, Arigoni hat somit ein wenig Platz auf der rechten Seite, spielt den Ball in die 16. Sucht er Subotin, Stellat, nur Bekhalif von Abranerloch! Nein! Der muss es machen! Auf sieben Meter! Pusic, eine riesen Chance da für den Oli Puff, wo er wirklich aus der nächsten Chance daneben sitzt, aber es geht gleich wieder, Giorgio. Schon unterbrochen gewesen und eben der Vorteil ist nicht mehr gelaufen für den FC Giasso, aber der ist jetzt, Achtung, Polero, fast der Leifung geht, zieht ab! Und da ist tatsächlich das 1 zu 0, da ist er völlig vergessen gegangen, zieht ab, aus etwa 18 Meter. Und da kommt der Mirko Salvi noch mit den Händen schon dran, allerdings schlägt es dann hinten links ihm rein und somit gerade der GZ da 1 zu 0 in Rückstunde. Número 9, Rodrigo Pueyero! Die Flanken dann auch noch in die Mitte, jetzt der Powerplay fast für Giasso, dann guter Kopfball. Der zieht einmal in die Mitte, ja, und dann versucht er zu flanken, schiesst aber Piccini an, kommt aber trotzdem am Böhlen, gute Aktion da von ihm. Zieht Lansom richtig recht vorne, dann die Flanken schön ins Halbfeld, aber kann es gefährlich werden, Baller wird abblasen und Schuss! Und dann ist er zum Goal für GZ! Goal für GZ, der Andi Witwer, aus dem Halbfeld raus, zieht er ab, nachdem der Böhlen durchgelassen worden ist. An allen vorbei, links am Goalie, am Troik-Chacaté vorbei und somit GZ 1, Giasso 1, da ist das Goal, kaum fasst sich mal ein Herz, gelingt es dann auch. Wahnsinn, Wahnsinn! Wahnsinn da! Der Böhlen einen weiter flankt, allerdings nur bis zum Dixon, der bis zum Giorgio, aber dann können sie den Böhlen nicht nehmen. Bei der Haiziri kommt der Böhlen nicht rüber, er wird dann sogar bei der Linkseite vielleicht Giorgiochef. Hat dann aber da nochmal der Epidot vor sich, Nikola Giorgiochef, Diany Webinim, der kommt aber auf den Bussisch, er zieht ab! Allerdings doch einiges daneben, aber das ist auch bedingt, wie noch ein Tessin dabei dazwischen war. Der Ball nicht mehr entscheidend, aber der zweite Ball abgefangen, wunderschön! Ben Khalifa und jetzt aus dem Halbfeld der Puff mit der Flanke, schön ins Schuss und abprallen! Nachschuss! Goal! Goal! Aufsides! Oder faul! Faul Angoli! Faul Angoli! Faul Angoli! Ja, er hat glaube ich die Hand am Ball gehabt! Er war korrekt, wir haben es nicht gesehen, es war so drauf! Das war's! Das schieft sich und greift ab! Ja, also! Dann nehmen wir halt den Punkt mit, ich meine, für das, wie wir so lange mal 1-0 reingelaufen sind, ja! Ja, 1-1! Wir hätten sicher müssen spielen, bessere Bahnlenke in der ersten Elfte! Und so ist man halt in diesem Fall nicht über das Unentschieden rauskommen, da im Tessin! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!